Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Jetzt ist zwei Wochen Länderski-Pause angesagt. Eine Pause, die vielleicht gar nicht mal so verkehrt ist, um unsere Derby-Pleite auch vernünftig aufzuarbeiten. Und wir sprechen mal darüber, wie denn die nächsten Tage auf Schalke so geplant sind. Denn natürlich ist auch klar, wir haben ein paar Nationalspiele in der Reihe. Natürlich sind das Spieler, die auch fehlen werden. Denn sechs Nationalspieler sind zwei Wochen lang unterwegs. Maya Yoshida für Japan, Alex Kral für Tschechien, Tom Kraus für die deutsche U21, Sepp Vandenberg für die niederländische U21, sowie Memo Aydin und Kerem Chalanuklu für die deutsche U20. Diese Spieler sind so weit auf jeden Fall nicht mit dabei. Genauso wie Cedric Brunner und Marcin Kaminski, die auch weiterhin wegen einer Verletzung fehlen. Und auch gut möglich, dass Dominik Drex in den nächsten Tagen ein bisschen mehr geschont wird. Denn er verließ ja das Stadion am Samstag humpelnd. Aber natürlich ist auch die Frage, wie jetzt die nächsten Tage konkret aussehen. Und gestern nach dem Derby trafen sich noch unsere Profis auf dem Trainingsgelände zur Videoanalyse. Anschließend gab es für unsere Stammelfen ein Athletiktraining. Die Ersatzspieler hatten dann eine vollwertige Trainingsanalyse, sprich ein ganz normaler Ablauf nach dem Spieltag. Und alle anderen natürlich hatten danach einen freien Sonntagnachmittag. Aber nicht so unser Trainer, denn Frank Kramer reiste zu einer Fortbildung für die Bundesliga-Trainer nach Hoffenheim. Und die nächsten Tage ist es dann durchaus interessant. Denn heute ist erstmal ein Trainingsfreier Montag. Und dann geht die Woche morgen so richtig los. Denn am Dienstag wird natürlich öffentlich, oder was heißt natürlich, wird öffentlich erneut trainiert. Und dann eben von Mittwoch bis Donnerstag auch. Aber am Donnerstag findet dann ein Testspiel statt gegen den Oberligisten, dem FC Gütersloh. Anstoß ist um 19 Uhr. Dort werden wir wahrscheinlich auch unsere Spieler eine Chance bekommen, die bislang noch nicht so viel gespielt haben. Wie zum Beispiel Ralf Fährmann, Floro Mollet oder auch die jungen Talente Ibrahima Cissé und Leo Greimel. Aktuell ist zudem geplant, dass unsere Profis dann ein freies Wochenende Samstag und Sonntag haben. Und dann beginnt am Montag die normale Vorbereitung auf das wichtige Heimspiel gegen Augsburg. Eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker.